Das kommt immer drauf, aber man kann ganz dicke nehmen. Und die sind so bewegt, die dann die Haare oder wie ist das? Aber man muss auch schon etwas kriegen. Ja, ja. Jetzt kann man noch ein bisschen mehr machen, weil wir jetzt mit unserem Klett-Alten brauchen. Ich glaube, es dauert jetzt erstmal ein bisschen nass. Schön, ich habe auch keine Dicke haben.